Jo, ich esse gerade was und trinke was Und Robin hat halt meine Kamera, deshalb wird das jetzt hier Audio, aber ich fick mal ein paar schöne Bilder für euch ein, was zum Lachen Es geht halt um ProMontag Da ist ja jetzt das Problem mit YouTube und den Videoantworten, die gibt es ja gerade zur Zeit nicht In der Form, vielleicht kommen die in anderer Form wieder, weiß man nicht Jedenfalls, äh, macht einfach irgendwie so, äh, schickt einen Link als Nachricht Und dann von eurem Video, das promotet werden muss, Creative Comments nicht vergessen Damit das einen Reupload vermeidet Das Bild ist lustig Ähm, und, äh, und, äh, schickt uns dann eine Nachricht, wo der Link zu eurem Video drin ist Und wie gesagt, Creative Comments nicht vergessen Damit wir das dann bei uns promoten können Und das muss auch ein sehenswertes Video sein Wo ihr denkt, das spricht die Leute an, das gucken sich, da kommen die Leute auf meinen Kanal Wäre natürlich geil, wenn ihr einen super YouTube-Kanal habt, der promotet werden soll Oh, eine Minutengrenze Weil es dumm ist